Ich bin der Neumann Morg und 24 Jahre alt. Der Düse. Derzeit Deutscher Enduro-Pokal-Sieger in der E2 und Champion in der B-Lizenz. Und noch dazu, Deutscher Mannschaftspokal, zum zweiten Mal schon. Dankeschön. Am liebsten gehe ich einen Motorrad fahren. 2015 ist mein Ziel in der E3 unter der ersten 10 Fahrer zu kommen, sag ich mal. Und im Championat, vielleicht unter der besten 20. Ich finde das nicht aus der Welt. Das ist schon realistisch. Wie ich zum MotoDM gekommen bin. Das hat mit meinem allersten Sponsor Enduro4U angefangen. Der hatte schon immer einen guten Draht zu den Jungs. Da war mal Händler und deshalb MotoDM. der Dauer und der Dauer. Die Vorbereitung auf 2015 ist eigentlich schon eine Weile im Gange. Und ich bereite mich noch etwas intensiver vor als letztes Jahr. weil ich dieses Jahr noch ein paar höhere Aufgaben vor mir habe.